Die 2. Mannschaft vom TTC Sachsenring hat am 16. März in der Grünen Hölle auf dem Hohenstein Ernst-Taler Pfaffenberg Heimspieltag. Wir empfangen die Gäste von Kist Würzburg. Die sind eine sehr starke Mannschaft mit deutschen Jugendnationalspielern. Und mit einem alten Abwehrstratege, den Evgeny Shedinin, der auch mal Weltklasse war. Und wo Timo Boll zum Beispiel auch schon das ein oder andere harte Duell gegen den hatte. Also haben eine richtig harte Nuss zu knacken mit unserer Mannschaft heute. Und mal schauen, wie es ausgeht. Es wird auf jeden Fall ein knapper Vergleich, glaube ich. Ganz passend zu dem, was sich an der Tabellenspitze in der Regionalliga abspielt. Ja, wir sind vorn dabei. Wir sind mit der 2. Mannschaft dieses Jahr auch gut besetzt. Und sind erwartungsgemäß unter den Top 3. Das sind so die Top-3-Teams. Unsere Gäste heute von Kist, dann die andere Würzburger Mannschaft aus Versbach und wir. Wir kämpfen sozusagen um Platz 1. Und ja, ob das am Ende dann, selbst wenn wir die Spitzenposition belegen, ob das am Ende dann dafür reicht, auch hoch zu gehen in die 3. Liga, hängt maßgeblich auch von unserer 1. Mannschaft ab. Die müssen sich dann halten in der 2. Bundesliga. Und nur das berechtigt dann sozusagen auch den Aufstieg mit unserer 2. wahrnehmen zu können. 2023 gelangt der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dort möchte man natürlich verbleiben. Aber... In der 2. Bundesliga haben wir jetzt auch wirklich einen harten Kampf, den wir jetzt bestreiten mit den anderen Teams, die da unten drin stecken. Erwartungsgemäß ist die 2. Bundesliga ein ganz, ganz anderes Pflaster für den Verein, für alle, die damit sozusagen tagtäglich zu tun haben. Das ist reiner Profisport, zumindest was das Sportliche anbelangt. Das Wirtschaftliche hängt dann ganz, ganz vielen Sportarten hinterher. Aber das ist reiner Profisport. Die Jungs, die bereiten sich wirklich akribisch auf alles vor. Und es war uns klar, dass wir dort dieses Jahr in der 2. Bundesliga wirklich nur um die Klassenerhalt kämpfen können. Alles andere ist völlig utopisch. Nicht utopisch ist das Ziel, Regionalligameister zu werden. Der TTC-Kist möchte das allerdings auch. Also galt es für die Sachsenring-Jungs, die Bayern zu besiegen. Vor allem, nachdem sie in der Hinrunde verloren. Wir spielen heute mit einer, denke ich, ganz schlagkräftigen Trommel, mit der Stammbesetzung, mit unseren jugendlichen Eigengewächsen, die sozusagen unsere eigenen Jungs mit Johann Koschmüter, mit Kalle Zimmermann, Nick Neumann-Manns, dann Hermann Mühlbach, der Aufschlagstrateger und mit unserem langjährigen André Milowanoff. Man kann sagen, Bestbesetzung, aber auch unsere Gäste sind heute in Top-Formation hier auf dem Pfaffenberg angereist. Von daher, es wird ein interessanter Vergleich. In einer Halle, die bald zur Baustelle werden wird. Das ist das große Projekt, wo wir so ein Stück weit darauf hinarbeiten und das natürlich auch viele Jahre schon vorangetrieben haben, gemeinsam mit unserer Stadt. Die Pfaffenberg-Dornhalle soll renoviert werden, soll in, sagen wir mal, ein moderneres Zeitalter überführt werden, weil sie doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und das Thema wollen wir jetzt ganz einfach in den nächsten Monaten angehen. Das müssen wir auch angehen und sind dort in der Planungsendphase, kann man sagen. Und wir hoffen mal, dass es dort im Mai mit Baubeginn losgehen kann. Wann das Bauprojekt abgeschlossen sein wird, kann man heutzutage nicht mehr zu 100 Prozent sicher sagen. Sicher für die Pfaffenberg-Tornhalle ist jedoch zu 99,99 Prozent. Es bleibt die grüne Hölle. Vom Farbanstrich ändern wir nichts. Und das, was unsere Zuschauer über viele Jahre hier so liebevoll grüne Hölle getauft haben, das wird es auch in Zukunft bleiben. Beim Spiel der zweiten Mannschaft waren zwar nicht so viele Zuschauer wie am nächsten Tag, als die erste Mannschaft gegen Hildpolstein antrat, aber die da waren, bekamen spannenden Tischtennis geboten. Die zwei Doppel entschied der TTC Sachsenring klar für sich. An Tisch eins setzten sich Nick Neumann-Manns und Karl Zimmermann gegen Niklas Reindl und Lorenz Schäfer 3 zu 0 durch. Auch 3 zu 0 gewannen Hermann Mühlbach und Johann Koschmider. Sie hatten am Tisch Evgeny Cedinin und Louis Kraus. Das Kist einer harten Nusses bekam im ersten Einzel Hermann Mühlbach gegen Niklas Reindl zu spüren. Erst nach fünf Sätzen bezwang der Sarri-Spieler den Gast. Nicht weniger Mühe hatte Andrei Melovanov. Er musste ebenso fünf lange Sätze an der grünen Platte kämpfen, um Evgeny Cedinin zu bezwingen. Johann Koschmider hat im zweiten Satz gegen Lorenz Schäfer einen Hänger, fing sich allerdings wieder und holte nach vier Sätzen den nächsten Punkt für die Gastgeber. 3 zu 0 setzte sich Karl Zimmermann gegen den stark spielenden Louis Kraus durch. Keine Chance hatte dafür Hermann Mühlbach gegen Evgeny Cedinin. Der holte nach drei gewonnenen Sätzen den ersten Punkt für Kist. 3 zu 0 hieß es auch im nächsten Einzel, allerdings für das Sarri-Team. Andrei Melovanov bezwang Niklas Reindl. Johann Koschmider hatte fünf Sätze gegen Louis Kraus zu bewältigen, konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Das letzte Einzel ging wieder an das Sarri-Team. Karl Zimmermann siegte mit 3 zu 0 über Lorenz Schäfer. Am nächsten Tag bezwang die zweite Mannschaft vom TTC Sachsenring auswärts den TTC Lugau 6 zu 4. Das hieß nach dem 3. März-Wochenende für das Hohenstein-Ernstthaler Regionalliga-Team, tat wir im Platz 1. Die erste Mannschaft siegte am 17. März daheim 6 zu 2 gegen Hildpolstein. Steht damit wieder einen Platz vor den Abstiegsrängen. Kanzler-Verbände, nicht in Säuferirn und den Nachrichten. Dann könnte er zuerst Ausfüllen. sondern wenn es nicht mehr so ein bisschen Zwangsrängen bis nach einer Stelle zu verbreiten. Und dann könnte er dann die Kanzler-Chin Judas Geld nicht mehr nur Einen bekann sie nur mit einer Anbislaufgabe.